hey und leute was geht ab und spielgross ist zu meinem video und zwar heute ein sozusagen fps boost texture pack ja und zwar seht ihr gerade meine fps frage ich mich gerade ja eigentlich ist das immer so ich habe so um die 60 fps jetzt holen wir unser op texture pack und zwar das hier liter kurz und jetzt zocke wird auf jeden fall mehr vorhin hatte ich so 90 fps also ohne aufnahme und dann Prozent habe ich auch einmal zwei Prozent ich weiß auch er ist halt nicht immer so aber er hat sich ja sonst nix und ja also eigentlich für so ein game ist das eigentlich schmerzhaft also schwer zu wissen was was ist also kannst du gerade so erkennen also ich zumindest ich kenne es kinder ist ja ich erkenne das noch und ja das war ich auch vielleicht der fps boost Prozent Prozent ja auch ich zog es einfach nur noch ein paar wurden kürzene wir sind die Leute schwer zu einem die hochsteig das ist das immer direkt Gold ist geil was soll aber und klar weil war hier um euch hat die rüste wie kundigst du dir aus bitte also ich könnte es ist nicht also ich würde die Woche einfach für die die Laptop haben und der Geburt bekommen es tun ist für die die Laptop haben und nicht so viele Fers haben können dieses Texte-Pack nehmen unten in der Beschreibung steht nochmal der Link und ansonsten würde ich mich freuen auf ein Like und ein Abo vielleicht ja dann war es das auch eigentlich schon ein Video für die die Laptop haben und nicht lagfrei spielen können und so Alter das konzentrieren ich kann so krass auf das Game ich denke mal der Klo herzen so ist so ein solches die Klinik ist es nicht so schwer da wird er dort wegkriegen zwischen der Wachen übrigens der Wackfunktion in der Ruhr die ich euch gestern gezeigt haben könnte auch noch mal vorbeischauen wenn ich noch nicht gesehen habe das mit dem Wasser und sie als Fuchs sind eigentlich auch oft mit der Lava habe ich mich getestet auf jeden Fall habe ich nach der Aufnahme direkt und dasselbe probiert wie ein Video und da ist die ganze Welt für mich voller Wasser das war geil da steht richtig zu groß werden Joa Bobo gekriegt für die die sich interessiert mal an ich bin auf Silber 3 im WC und es ist es geht nicht nix hier auch nix und hier auch nix hier auch nix hier sieht ihr noch mal Leute wie Brosse und Silber und Gold aus dem und hier hier ist der Wester ja ihr seht es es ist noch keiner im Top Ranking das heißt ich bin eigentlich gut dabei wenn ihr hier mal Spiele auf Lüste macht dann ach so ich hab ja ganz genügt in den Detail das ist einer Gold 1 und so ansonsten war das auch der Beste gehört ich bin 3 und einer ist auch 3 das war's mir das Video wenn es euch gefallen hat dann lasst doch eine positive Bewertung da und ja haut rein und tschö Mädel Bitsch